Der heutige Tag bedeutet ja den Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt. Hildo, du bist meine Liebe des Lebens. Heute haben wir die Ringe getauscht als Anzeichen für unsere Liebe. Ich habe dem Brautpaar alles Gute gewünscht auf der neuen Reise, auf dem neuen Lebensabschnitt. Viel Glück, Liebe, Erfolg und vor allem Gesundheit. Ich glaube, es ist meine ganze Zeit, wenn ich mich überrascht habe, dass ich mich überrascht habe. Ja, bei der Hochzeit hat man sich kennen und lieben gelernt und heute stehen sie vor dem Jahr. Sie sagen heute Ja zueinander. Wir wollen von und an gemeinsam in eine hoffentlich glückliche Zukunft gehen. Mit dir möchte ich jeden Tag verbringen und dass bis ans Ende unsere Tage und neben dir möchte ich jeden Tag aufstehen und wieder einschlafen. Denn ich muss mich ja auf meinen Partner vertrauen können. Ich muss mich auf ihn verlassen können. Und dass sie diesen Partner gefunden haben, zeigt ja, dass sie heute hierher ins Standesamt gekommen sind. Ich liebe dich über alles. Man hat sich kennen und lieben gelernt und heute sagt man Ja zueinander. Ich will von nun an gemeinsam mit dir in eine hoffentlich glückliche Zukunft gehen. Nun, lieber Herr Hidayet Hankitsch, ich frage Sie nun, ob es Ihr freier Wille und feste Entschluss ist, diese Ehe einzugehen, dann antworten Sie mit Ja. Liebe Frau Ferradone auch Sie frage ich nun, ob es auch Ihr freier Wille und feste Entschluss ist, mit Ihrem Beutigam, Herrn Hidayet Hankitsch, diese Ehe einzugehen, dann antworten auch Sie bitte mit Ja. Ja. Ich liebe dich mehr als es Worte beschreiben können und jedes Mal, wenn ich in deine Augen sehe, sehe ich eine Zukunft. Meine Zukunft? Nein. Deine Zukunft? Nein. Unsere Zukunft. Ich sehe in deinen Augen unsere Zukunft, unsere Kinder, unser Leben. Ich liebe dich über alles. Dass ich ja als Trauzeuge nicht ein normaler Trauzeuge sein möchte. Ich habe mir gedacht, ja, viele Personen sagen mir, dass ich immer etwas Besonderes bin und dass ich mir etwas Besonderes einfallen lassen habe. Ja, Gott sei Dank habe ich die Möglichkeit und Gelegenheit so ein Geschenk machen zu können und ja, ich habe dann die Nummer gewählt, diejenige Person angerufen. und dann, zwei Minuten später, dann werde ich meine Eltern sagen, das ist der Krieg. Ich wünsche Ihnen viel Glück, viel Gesundheit und viele Kinder. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Sie sehen uns bald, Ihre Mirane. Vielen Dank und ich freue mich weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017